Vielleicht spürst du diese Gefühle öfters, wenn du eine Frau anschaust und du denkst, was muss ich tun, was darf ich tun und welchen Fehler muss ich vermeiden. Dieses Zerdenken, das ist ein Riesenproblem und ich gebe dir heute einen Leitfaden mit, wie du aufhören kannst, bei Frauen alles zu zerdenken. Herzlich Willkommen im Freundin für den Podcast, mein Lieber. Das ist vielleicht die wichtigste Folge, die du jemals gehört hast. Die ist sau wichtig. Bleib dran und vor allem, merk dir, dass du schon heute gut genug bist. Okay, du musst nicht irgendjemand werden, der du noch nicht bist. Das steckt schon alles in dir. Herzlich Willkommen im Freundin finden Podcast, dein Podcast, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Mein Name ist Andy Friday, wir machen das schon seit über zehn Jahren, haben, wie du hier hinter mir siehst, ganz viele glückliche Gesichter mit ihrer Frau an ihrer Seite erschaffen. Und ich möchte, dass du dieser Folge, diesen Leitfaden, dir zu Herzen nimmst, denn das kannst du. Und du wirst ganz zum Schluss auch einen ganz konkreten Tipp bekommen, wie du das in deinem Leben umsetzen kannst. Herzlich Willkommen. Lass uns aufhören, alles zu zerdenken und lass uns einfach loslegen. Der Leitfaden, nach dem du lebst, gibt dir die Resultate, die du hast. Das bedeutet, wenn du jeden Tag das Haus verlässt und sobald dir ein Mensch entgegenkommt, auf den Bogen guckst, oder wenn dich ein Mensch anguckt, dann auf den Boden guckst oder weg guckst, dann hast du eine Gewohnheit des Vermeidens. Und diese Gewohnheit des Vermeidens zeigt sich erst recht, wenn dann eine hübsche Frau in deiner Nähe ist. Eine hübsche Frau das Gespräch mit dir sucht. Eine hübsche Frau dich mag. Du hast die Gewohnheit des Vermeidens. Aus welchen Gründen auch immer. Zu viel Druck. Ich möchte keinen Fehler machen. Was ist, wenn sie mich doch nicht mag? Ich könnte mich täuschen. Es könnte peinlich für mich werden. Und, und, und. Und diese ganzen Sätze, die wir uns sagen, sorgen dafür, dass diese Muster immer stärker werden und stärker werden. Und wir uns eben nicht verändern. Aber wir sind, was wir kontinuierlich tun. Und wenn wir nichts tun, um diese Muster zu verändern, dann brauchen wir uns nicht wundern, wieso die Resultate gleich bleiben. Wieso du nach wie vor keine Freundin hast. Wieso nach wie vor, jedes Mal, wenn du mit Frauen redest, du total verkopfst. Und du es nicht auf die Reihe bekommst, mit einer Frau diese tiefere Ebene zu erreichen. Das Verrückte ist, wir müssen gar nicht so viel anderes tun. Wir müssen gar nicht zu irgendeinem großen, krassen Macker, irgendein Macho, irgendein Arsch oder sonst was werden. Es wird von uns nicht verlangt, dass wir extrovertiert sein müssen. Aber was von uns verlangt wird, das spüren wir selber. In dir selber hast du ein Radar, der dir sagt, was du tun müsstest, um attraktiver wahrgenommen zu werden. Um ein guter Mann zu sein, der für andere ein Vorbild ist. Und machen wir uns nichts vor, attraktiv zu sein, ist ein Teil dieser Eigenschaft, ein guter Mann zu sein. Wir können nicht ein guter Mann für andere sein, wenn das nicht auch attraktiv ist. Das ergibt keinen Sinn. Gute Menschen sind attraktiv. Und wenn du nur in deinem stillen Kämmerchen denkst, du bist ein guter Mensch. Aber die anderen Menschen haben davon nichts. Bist du es dann wirklich? Die Güte, die äußert sich doch erst in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Dadurch, dass andere von dir profitieren, dass andere durch dich inspiriert werden. Dass deine Kinder stolz auf dich sind und sagen, wow, mein Papa, das ist ein richtig toller Kerl. Der bringt mich immer zur Schule, der lacht mit mir, der hat sich immer Zeit für mich genommen. Und der war immer total souverän mit allen Menschen. Der konnte ein Gespräch beginnen und andere Menschen mochten ihn. Das heißt nicht, dass du dich verbiegen brauchst für alle Leute, aber es heißt, dass du eine grundlegende Kenntnis darüber haben solltest, was es bedeutet, charismatisch zu sein und was es bedeutet, deine Bedürfnisse zu zeigen und zu deinen Bedürfnissen zu stehen. Und nicht immer dich selber zurückzustecken, weil du glaubst, oh nein, ich bin nicht so wichtig, ich lasse den anderen mal den Vortritt. Wenn das deine tägliche Gewohnheit ist, den anderen den Vortritt zu überlassen, dann ist kein Wunder, dass du immer an letzter Stelle stehst. Auch für die Frau, die du magst. Weil du hast dem anderen Mann den Vortritt überlassen. Und ob der andere Mann wirklich besser für sie ist als du, das sei mal dahingestellt. Viele Menschen sind nicht sich bewusst, dass sie eben inauthentisch sind, dass sie unehrlich sind, dass sie ihre Bedürfnisse verschweigen. Und da bin ich nicht besser. Wir sind alle keine guten, heiligen, perfekten Menschen. Aber ich weiß, was mein Leitfaden ist, den ich jeden Tag befolgen möchte, damit ich ehrlich sein kann mit meinen Bedürfnissen und ehrlich sein kann mit meinen Mitmenschen über meine Bedürfnisse. Sodass meine Mitmenschen eben auch wissen, was sie an mir haben und ich auch weiß, was sie von mir brauchen. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Wenn du eine Frau magst auf der Arbeit und diese Kollegin weiß das nicht, ist es dann dein Job, ihr zu sagen, du Tanja, ich mag dich total, ich habe die Blumen mitgebracht, ich würde gerne mit dir ausgehen? Ist das Bedürfnisse zeigen? Ist das, wovon ich spreche? Nein, das ist nicht, wovon ich spreche. Wovon ich aber spreche, sind diese wichtigen Gewohnheiten, dein Leben lang, ab jetzt, abdem du dieses Video gesehen hast, nachdem du jetzt entschieden hast, dass du es anders machen möchtest, diese Gewohnheit zu verändern, dass Leute grundsätzlich von dir wissen, dass du nicht immer alles zerdenkst, dass du lachen und Spaß haben kannst und durchaus auch auf deine oder auch mal auf andere Leute es kosten, im guten Sinne, leichtherzig, nicht um andere fertig zu machen. Dass andere sich einfach wohlfühlen können in deiner Nähe, weil du alles nicht so ernst nimmst und auch mal eine Fünfe gerade sein lassen kannst. Ich weiß, ich musste damit sehr kämpfen, auch heute noch. Ich bin ein sehr strukturierter, logischer Mensch, aber ich weiß, dass das eine Fähigkeit ist, die ich lernen musste, mal eine Fünfe gerade sein zu lassen und das Ganze dann eben auch mit Leichtigkeit und Flirt füllen zu können. Und wenn wir das tun, wenn wir also, wie am Anfang gesagt, wenn uns ein Mensch anguckt, dann nicht direkt weggucken, sondern wir eine neue Gewohnheit etablieren von ebenfalls angucken, anlächeln, Hallo sagen und vielleicht den anderen dann verdutzt machen, weil er sich denkt, oh, oh, hallo, guten Tag. Weil er sich denkt, oh, das hätte ich mich nicht getraut, aber krass, der ist ja freundlich. Dann setzen wir ein Zeichen, was um uns herum Kreise zieht. Menschen nehmen uns Stück für Stück anders wahr. Sie nehmen dich als charismatischer wahr, als sozialer und als attraktiver. Das ist ja nicht das Einzige, worauf es ankommt, Leuten Hallo zu sagen. Das ist natürlich nur eine Sache und ich sage nicht jedem einzelnen Menschen Hallo, aber ich rede von der grundsätzlichen Leitfadenstruktur, dass du dein Leben nach deinem Design lebst. Und dein Design darf wohl überlegt sein. Möchtest du denn der Mann sein, der von anderen als schüchtern, unscheinbar, nie wirklich als der Mann, der als potenzieller Freund oder Partner in Frage kommt, wahrgenommen werden? Oder möchtest du auch als der Mann wahrgenommen werden, der die Güte, die Stärke, den Mut, die Ehrlichkeit, die Loyalität hat, für eine Frau und für seine Freunde und für seine Nachkommen da zu sein, ein Vorbild zu sein? Müssen wir jetzt anfangen, mein Lieber. Und es hört nicht damit auf, dass wir ein bisschen sozialer sind. Es bedeutet, dass du dann eben auch bei der Arbeitskollegin, die du magst, dass du bei ihr dann eben, genauso wie mit allen anderen Menschen, auch mal Grenzen aufzeigst, wenn du sie wahrnimmst. Dass du dir nicht alles gefallen lässt, weil, naja, ich lasse den anderen wieder den Vortritt. Grenzen aufzeigen heißt aber auch nicht, dass du links und rechts allen sagen musst, so geht's nicht, hier, ich will das anders und du alle rumkommandierst. Es bedeutet wirklich authentisch zu sein, dass deine Worte, deine Gedanken und was sich innerlich in deinem Herzen abspielt, synchron sind. Das heißt, wenn du jemanden anlächelst, dann nicht fake, sondern, dass du jemanden anlächelst, weil du Liebe geben möchtest, weil du Liebe schenken willst. Und aus dieser Güte, weil du weißt, ich habe so viel Liebe in meinem Herzen, ich kann nur Liebe geben. Warum sollte ich das in mir aufbewahren, wie einen limitierten Speicher, dann habe ich ja gar nicht so viel. Nee, das macht keinen Sinn. Wir wollen Liebe um uns herum haben, wir wollen Menschen um uns herum haben, die uns lieben, nicht alle, natürlich nicht. Aber wir wollen die Menschen, die gut zu uns sind, die gut für uns sind, in unserer Nähe haben. Und dazu müssen wir Liebe geben. Wir müssen in Vorleistung dieser Gefühle gehen, damit wir Liebe auch bekommen. So, wenn du dich dazu entscheidest, in der Gebermentalität zu sein, ein Geber zu sein, ein gütiger König zu sein, dann ist das eine dieser Gewohnheiten, die aus dir herauskommen und dein Gegenüber spürt, dass du nichts von ihm brauchst, dass du nichts von ihr brauchst. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, wieso Frauen manche Männer als creepy und hinterherrennend und unehrlich und arschig wahrnehmen, weil diese Männer etwas von ihr wollen, etwas von ihr erwarten. Sie hoffen, wenn sie eine Frau anlächeln, dann nämlich, mag sie mich? Bin ich jetzt verführerisch, wenn ich sie so anlächle? Wird sie mich jetzt vielleicht noch heißer finden? Beziehungsweise, wenn ich jetzt nichts sage und mich hier eher unscheinbar verhalte, wird sie mich dann bemerken? Mag sie mich vielleicht insgeheim, so wie ich sie insgeheim mag? Und keiner von uns wird jemals einen Schritt aufeinander zutun, zugehen, zulaufen? Und das soll irgendwie klappen? Es klappt nicht. Es klappt, wenn du ehrlich mit deinen Bedürfnissen bist und die ganz realistisch nicht so riesig machen brauchst, weil sie nicht so riesig sind. Das heißt, du musst ihr nicht deine Liebe am Arbeitsplatz gestehen, sondern du kannst einfach hi sagen, guten Morgen sagen, lächeln, Vakuum halten. Vakuum ist dieser Moment, nachdem du etwas sagst, dass du diesen Moment einfach nur stehen lässt. Du musst nicht jeden Augenblick mit Worten und blablabla füllen. Du musst auch nicht alle die Fragen deines Gegenübers direkt beantworten, wie als wärst du so ein Reaktionärer. Ja, ich gebe dir alles, was du brauchst. Oh, du brauchst was anderes? Ja, bitte. Nein, lass dir ruhig deine Zeit. Jemand stellt dir eine Frage und wo kommst du denn her? Und du schaust. Eigentlich komme ich aus so und so, aber wir sind umgezogen, als ich jung war und daher kommt vielleicht der Akzent. Die Pause dazwischen, die macht einen riesen Unterschied aus. Wie entsteht denn Anziehung? Anziehung zwischen zwei Objekten, wie ein Magnet. Wie entsteht diese Anziehung? Die entsteht, weil da drin ein Unterdruck ist. Da ist keine Materie, da ist nichts, was das Ganze mit blablabla, mit Worten, mit irgendeinem Quatsch füllt. Da ist ein Unterdruck und aufgrund dieses Unterdrucks ziehen sich die Seiten an. Dieser Unterdruck, den musst du erstmal herstellen, indem du nichts sagst. Wenn wir sagen, Augenkontakt halten, dann meinen wir genau das, dann meinen wir diesen Moment, dann meinen wir nicht, Leute anstarren. Das ist nicht guter Augenkontakt. Guter Augenkontakt ist ein soziales Hallo oder ein Gespräch, eben ein ganz normaler Gesprächsstil, wo du redest und lachen kannst und flirten kannst und dann aber eben auch die Pausen aushalten kannst. So wie diese. Und das macht den Riesenunterschied. Das nennen wir Vakuum und dieses Vakuum ist eine wie von vielen Gewohnheiten. Und den Leitfaden, den du Tag für Tag befolgst, mit den Gewohnheiten, die du Tag für Tag an den Tag legst, gibt dir das Ergebnis, das du Tag für Tag bekommst. Und aus dem Grund, ich habe neulich jemanden gehabt, der hat mich gefragt, habt ihr denn einen Videokurs, den ich von euch kaufen kann? Ich hatte jetzt schon ein Flirtcoaching, ich weiß, wie man Frauen anspricht. Ich brauche jetzt aber nur noch einen Videokurs, um herauszufinden, wie ich zum Beispiel eine Frau anspreche, die gerade auf der Arbeit ist. Und ich musste erstmal tief ins Gespräch mit ihm eintauchen, weil das war nicht das eigentliche Problem. Und wenn du glaubst, dass du es mit einem kurzen Videokurs oder einem Impuls hier oder einem Impuls da lösen kannst, dann täuscht du dich. Wir sprechen hier von grundlegenden Gewohnheiten, die dich zu dem Mann machen, der schon immer in dir gesteckt hat und der auch aus dir rauskommen darf. Ich weiß, wovon ich spreche. In mir war immer der schüchterne Junge, der sich nie getraut hat, einer Frau volle Kanne ihrer Liebe zu sagen, es sei denn, er hat gedacht, boah, sie mag mich auch. Und dann war ich der romantischste Typ überall, überhaupt. Und dann habe ich der Frau Komplimente gemacht und umgarnt und habe sie nach Hause begleitet und dachte, ich wäre der tollste Gentleman der Welt. Aber alle diese Frauen haben mir gesagt, Andi, wir werden nur Freunde. Da ist nicht mehr als das. Und ich musste immer wieder erfahren, dass meine Gewohnheiten, es fängt im Kleinen an, auch schon wie ich Menschen angeguckt habe, wie sie mich wahrgenommen haben, als viel zu ernst, als viel zu verkopft. Dass diese Gewohnheiten natürlich logischerweise das Ergebnis hervorgerufen haben, das ich hatte. Single, Gefühle von Einsamkeit und immer wieder, immer wieder verliebt und nichts ist passiert. Es hat neue Gewohnheiten gebraucht, mein Lieber. Und da müssen wir uns auch ganz ehrlich über den Zeitstrahl, über die Timeline dieser Gewohnheiten unterhalten. Weil neue Gewohnheiten zu etablieren, das geht nicht von Tag zu Nacht. Das passiert nicht innerhalb von 24 Stunden. Man sagt, für eine neue Gewohnheit brauchst du 30 Tage. Das ist sehr optimistisch. Wenn du es extrem diszipliniert durchziehst, ja, dann braucht eine neue Gewohnheit vielleicht 30 Tage. Aber wir sprechen hier von jahrzehntelanger Programmierung, wo du genau das Gegenteil gemacht hast. Dich eben nicht zu Wort gemeldet hast. Oder wenn du lustig warst, dann eben nur als der Klassenclown, der lustige Typ, aber nicht als derjenige, der eben auch eine andere Seite an sich hat, eine verführerische Seite. Und diese neuen Gewohnheiten, die brauchen Zeit. Ich habe mir damals gesagt, ich werde mir fünf Jahre meines Lebens schenken, um dieses Mysterium Liebe und wie verlieben sich Menschen einander und wie entsteht Anziehung und wie schaffe ich es, dass ich weiß, was ich tue, damit ich eine tolle Frau an meiner Seite haben kann. Und nicht mehr das Gefühl habe, abhängig zu sein von den Frauen, die auf mich stehen, sondern dass ich endlich die Wahl habe, auch eine Frau auszusuchen, diese Fähigkeit zu etablieren, die wollte ich haben. Ich wollte nicht mehr immer wieder derjenige sein, der zuletzt dann von einer Frau ausgewählt wurde, aber zwar nicht die, die ich mir ausgesucht habe. Oder ich habe es mir dann zurecht geredet und gesagt, ja gut, irgendwie passt es ja doch und sie ist nicht schlecht und dann probieren wir das Ganze mal. Wenn du diese Gedanken jemals hattest, dann warst du emotional abhängig. Du hattest einfach nicht die Auswahl. Du hast deswegen genommen, was du bekommen hast. Und es ist auch okay. Dafür müssen wir uns nicht geißeln, wir müssen uns nicht sagen, meine Güte, was bin ich nur für ein schlechter Mensch, was bin ich nur für ein unattraktiver Typ, was stimmt mit mir nicht. Was stimmt mit mir nicht, ist sowieso einer der schlimmsten Sätze, die du dir sagen kannst. Mit dir ist nichts verkehrt. Du hast einfach eine Reihe an Gewohnheiten etabliert, die du aufgrund von verschiedenen Lebensumständen so etablieren musstest als Schutzreaktion, weil du das Gefühl hattest, dass andere dich angreifen. Weil du das Gefühl hattest, dass du dich beschützen musst vor Verletzungen. Das ist ein Überlebensinstinkt. Da ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Aber die Umstände haben sich geändert. Zeiten haben sich geändert. Du bist nicht mehr der Junge, der auf dem Hausenhof von anderen bedroht wird und gedemütigt wird. Wer bist du nicht mehr? Und auch deine Anziehungskraft hat sich enorm gesteigert. Du hast vielleicht einen anderen Flirttyp als andere Männer. Du bist vielleicht nicht der charismatisch extrovertierte Typ, der total redegewandt ist. Das ist okay. Dann bist du eben der Träumer, der Stille, der Philosoph, der Denker. Das ist auch anziehend für die Frauen, die auf diesem Typ stehen. Und an den anderen Frauen solltest du überhaupt kein Interesse haben. Die Frauen, die auf den extrovertierten Macker stehen, die willst du eh nicht. Glaub mir. Die haben mir nicht gut getan. Ich habe da sehr schnell gemerkt, welche Arten von Frauen mir gut tun. Und das sind intelligente, treue, ehrliche. Frauen, die auch Selbstbewusstsein haben. Ich kann es nicht verstehen, wie Männer sagen, ja, 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 also eine Frau, die sollte devot sein. Und ich sollte auf jeden Fall der Typ sein mit mehr Selbstbewusstsein. Das checke ich überhaupt nicht. Wenn du eine unselbstbewusste Partnerin hast, dann lädst du dir Drama ins Haus. Dann lädst du dir ins Haus das, was du nicht haben möchtest. Dann lädst du dir ins Haus, dass eine Frau dich, ja, total aufgeregt anruft und sagt, warum hast du nicht dies und das gemacht? Liebst du mich nicht mehr? Und es ist das total Normale. Hä, nee, was? Das war ein Versehen. Nee, meinte ich nicht so. All dieses Drama, was andere Typen haben, hast du weniger, wenn du jemanden hast, der Selbstbewusstsein hat. Also sollten wir auch Ausschau halten nach gesunden Partnerschaften. Nach Frauen, die selbstbewusst sind. Aber selbstbewusste Frauen suchen sich eben auch nur selbstbewusste Männer aus. Das ist das Ding. Du brauchst aber nicht extrovertiert oder laut oder krass zu werden, um selbstbewusst zu sein. Die selbstbewusstesten Typen, die ich in meiner Armeezeit kennengelernt habe, waren immer die Stillen. All die lauten Labertaschen, die gesagt haben, wir gehen in den Kongo, wir gehen in den Sudan, wir sind die krassen Typen. Und dann in der Bahn, wo wir dann alle nach Hause gefahren sind, nach Dienstschluss am Wochenende, allen Leuten erzählt haben, ich bin Soldat. Das waren die größten Labertaschen, die größten Luschen von allen. Die Männer, die einfach nichts gesagt haben, das Ganze beobachtet haben und einfach ihren Job gemacht haben, gut gemacht haben. Und wenn es hart wurde, weitergemacht haben. Das waren die, die zum Schluss noch da waren. Und alle Labertaschen waren weg. HZH. Ihr wisst, was das heißt. Die auch in der Bundeswehr waren. Das sind die Typen, die gelabert haben, die du dann nicht mehr auf dem Feld angesehen hast. Das ist nicht Selbstbewusstsein. Eine große Klappe haben ist einfach nur das, eine große Klappe haben. Hunde, die bellen, beißen nicht. Die Männer, die wirkliches Selbstbewusstsein haben, die können das auf eine ganz andere Art zeigen. Und das bemerken dann auch die Frauen, die gesunde Partnerschaften wollen. Besonders Frauen, mit denen du dich intellektuell austauschen möchtest. Die haben kein Interesse an dem oberflächlichen Mann. Für die bist du genau der Richtige. Aber es fehlt eben noch ein Stück mehr Mut. Ein Stück mehr Unabhängigkeit. Damit du A, auf sie zugehen kannst. Und B, im Gespräch ihr das Gefühl vermittelst, dass ihr euch auf eine gesunde, entspannte Art kennenlernt. Und eine gesunde, entspannte Art bedeutet ohne Erwartungen. Das ist der Hauptpunkt. Das ist der Knackpunkt, über den wir immer reden. Emotionale Abhängigkeit ist das Problem. Die emotionale Abhängigkeit, die führt dich dann in die Bredouille, dass du im Gespräch nicht weißt, was du sagen sollst, weil du keinen Fehler machen willst. Wieso hast du diese Gedanken? Warum denkst du, du musst etwas Richtiges sagen, um sie nicht zu verlieren? Da drin steckt der Glaubenssatz, wenn ich nicht das Richtige sage, bin ich nicht gut genug. Ergo, es ist nur das, was ich sage, was an mir attraktiv ist. Ich als Mensch bin nicht attraktiv genug. Es sind die Worte, die ich finden muss, die attraktiv sind. Das ist Nonsense, Bullshit. Das ist der Grund, wieso es nicht klappt. Weil du glaubst, du bist nicht gut genug. Und ich weiß, du wirst jetzt sagen, okay, aber wie soll ich das verändern? Wie soll ich denn ein Gefühl bekommen von, dass ich gut genug bin? Das kommt nur durch Erfahrungen. Und wenn du keine Erfahrungen suchst, dann wirst du auch keine Erfahrungen sammeln. Dann wirst du die ganze Zeit wieder im stillen Kämmerchen unglücklich sein. Und dir dann selber einreden, naja, es ist aber okay, weil ich bin halt nicht einer von den lauten Typen. Ich bin halt ein lieber Kerl, aber das kann man sich auch nicht vorwerfen, oder? Bin ich halt ein respektvoller, lieber Kerl. Nein, mein Lieber, das solltest du dir vorwerfen. Du sollst dir vorwerfen, dass du nach wie vor denkst, nur lieb zu sein, sei die Lösung. Besonders in Momenten, wo lieb sein nicht die Lösung ist. Wenn dich jemand bedroht, dich, deine Familie, die Menschen, die du lieb hast. Und dieser Mensch, auf Englisch sagt man he means business. Der Typ, der bedroht dich, weil er wirklich auch etwas tun könnte. Und du bist dann einfach nur lieb und hoffst auf Appeasement-Strategie. Dass er dann vielleicht aufhört, weil, ja, jetzt bin ich doch, komm, wir können doch Freunde sein. Dann nimmt er sich, was er will und er zerstört euch alle. Das ist nicht, ist das wirklich etwas, was wir anstreben sollten? Immer lieb sein? Oder sollten wir eigentlich imstande sein, Grenzen ganz klar durchzusetzen, aber nur dann durchsetzen zu müssen, wenn es unbedingt nötig ist. Die anderen Male sind wir gütig. Gütig ist nicht dasselbe wie lieb oder nett. Gütig kommt aus einer Position der Stärke. Wir können nur gütig sein, wenn wir die Wahl haben, nicht gütig zu sein. Güte kommt aus einer Position der Fülle. Ich habe sehr viel, ich bin ein gütiger König. Dementsprechend kann ich auch mal Gnade walten lassen. Dementsprechend kann ich dir einen Gefallen tun. Dementsprechend gucke ich, dass alle zusammenarbeiten und dass wir zu einem guten Ergebnis für alle kommen können. Das tue ich, weil ich an Win-Win glaube. Nicht, weil ich meinen Vorteil erhaschen möchte. Güte kommt eben aus dieser Position der Stärke. Du kannst nur gütig sein, wenn du stark bist. Mental und emotional unabhängig. Ich finde es immer so krass, wenn wir uns selber belügen und sagen, ich habe mich für diese Frau entschieden. Doch, doch, auf jeden Fall. Weil sie mich mochte. Und das sind wir uns gar nicht bewusst, dass wir das sagen. Wenn eine Frau dich mag und du keine andere Wahl hast und du einsam genug bist, dann wirst du sie wahrscheinlich zur Freundin nehmen. Du kannst nicht Nein sagen, weil du abhängig bist. Und weil du nicht Nein sagen kannst, kannst du auch nicht Ja sagen zu der Frau, die du magst, die du eigentlich magst. Ja sagen können und Nein sagen können sind zwei Seiten derselben Medaille. Und die Medaille hast du nur, wenn du emotional unabhängig bist. Dann kannst du sowohl Ja als auch Nein sagen. Die Menschen, die nicht einer Frau Hallo sagen können, die nicht auf Frauen zugehen können, das sind eben genau die Menschen, die auch nicht einer Frau Tschüss sagen können. Und ich meine das im übertragenen Sinne. Wenn du deine Frau ansprechen und deine sexuelle und männliche Seite zeigen kannst, dann liegt das daran, dass du sie auch nicht verlieren kannst. Du willst sie nicht verlieren, wenn es mal gut läuft, weil du glaubst, ah, das ist meine Chance, ich will es nicht verkacken. Aber was wäre, wenn du sagst, Alter, es geht nicht darum, dass ich sie von mir überzeuge, dass ich hier irgendwie gewinne, dass ich nicht mehr einsam bin, dass ich auch endlich mal, endlich mal kann, sondern es geht darum, dass ich der Mann werde, auf den ich stolz sein kann, auf den meine Freunde, meine Familie, meine Kinder stolz sein können oder eines Tages stolz sein werden. Um dieser Mann zu werden, muss ich einen Prozess eingehen. Ich muss einem Leitfaden folgen und Gewohnheiten etablieren. Das bedeutet, ich muss mich auf diesen Prozess der Reise konzentrieren. Es ist die Reise, auf die ich mich konzentriere. Diese Prozessorientiertheit bringt dich ans Ziel. Die kurzfristige, kurzseitige Ergebnisorientiertheit. Ich darf sie jetzt nicht verkacken. Ich darf sie nicht verlieren. Oh, wie kann ich meine Ex zurückgewinnen? Oh nein, sie mag mich nicht mehr. Das ist, warum du immer wieder in diesem Rat Race gefangen bist und du dich immer wieder wie der Hund ins eigene, in den eigenen Schwanz beißt. Du rennst einfach nur im Kreis und nichts verändert sich, weil du immer wieder, dann ist eine neue Frau, oh, jetzt darf ich es nicht verkacken und dann hast du es verkackt. Oh, das ist eine neue Frau, jetzt darf ich es bei ihr nicht verkacken, jetzt hast du es verkackt. Und es geht hin und her und hin und her und nichts verändert sich. Wir müssen Ergebnisorientiertheit beiseite legen und durch Prozessorientiertheit ersetzen. Die Reise ist das Ziel, ist nicht nur eine Floskel, ist die Wahrheit. Wenn du dich darauf konzentrierst, dass du Erfahrungen sammelst, um charismatischer zu werden, um deine eigene Stärke, deine eigene Unabhängigkeit und dein eigenes Charisma aus dir rausfließen zu lassen, dann wirst du, du wirst mehr Experimente machen im Sozialen, du wirst auch mal einen Witz machen, der nicht landet, es wird auch mal komisch sein. Na und? Na und? Na und? Im Großen und Ganzen wirst du sowas von wachsen, dass dann zum Schluss deine ganzen Freunde und Familie dich nicht mehr wiedererkennen. Ich habe ja die Geschichte von Manuel erzählt, mit dem ich in Florenz war, Anfang dieses Jahres, bei unserem Verlieben in Florenz Workshop. Der hat erzählt, weil sein Bruder bei uns im Coaching war, dass sein Bruder, der die ganze Zeit immer schüchtern war und niemals von anderen als der Mann, der irgendwie eine Freundin hat oder sich gut mit Frauen versteht, wahrgenommen wurde, dass der auf einmal gut mit Frauen umgegangen ist und ständig auf Dates war und dann hatte er eine Freundin und alle haben sich gefragt, hä, wie ist das denn passiert? Wie konnte der das schaffen? Deine Mitmenschen werden dich anders wahrnehmen, aber das ist nicht von einem Tag auf den nächsten machbar. Das braucht neue Gewohnheiten. Okay, mein Lieber? Du musst dich echt verpflichten zu sagen, ich werde jetzt mich auf den Prozess einlassen, solange er dauert. Ich habe damals gesagt, ich werde mir fünf Jahre dafür geben. Im Coaching ist das Ganze drei Monate bis ein Jahr, je nachdem, wie intensiv du das Ganze mit uns verfolgen willst. Die Flirtmasterclass dauert drei Monate. Die Seduction Masterclass geht danach nochmal sechs Monate bis ein Jahr. Das sind Entscheidungen, mein Lieber, die Zeit und Energie in Anspruch nehmen. Auch Geld. Das Ganze kostet natürlich auch. Aber was du dadurch wirst im Zuge dieses Prozesses, das gibt dir so ein Gefühl von Stolz und von Freude und von Leichtigkeit und Unabhängigkeit. So viele Männer sagen mir immer wieder, ich habe das, was ich immer wollte. Das ist wortwörtlich der Satz, den wir immer wieder auch hören von unseren Teilnehmern. Die sagen, ich habe jetzt das, was ich immer wollte. Gerade erst vor kurzem. Gerade erst vor kurzem. Der Johannes. FMC Light Woche 5. Ich habe, was ich immer wollte, ist der Titel seines Videoberechts. Genau das werden wir auch demnächst als Review releasen, weil er uns das gegeben hat als Review. Mega, mega schön. Dieser Mann hat innerhalb der ersten paar Wochen eine Freundin bekommen und hat mich dann gefragt in unserem Halbzeitgespräch, wie soll ich das machen? Ich habe mich eigentlich entschieden, diese Reise anzugehen und ich will das auch als Reise angehen, prozessorientiert. Ich habe ihr auch gesagt, dass ich dieses Coaching mache und dass ich durch dieses Coaching sie kennengelernt habe. Aber Andi, wie soll ich das jetzt machen? Weil es ist so schön mit dir und ich verbringe sehr viel Zeit mit dir und wir haben verlängerte Wochenenden zusammen und wir wollen einfach nur jeden Moment miteinander verbringen. Wie soll ich das in Balance halten? Ist das nicht ein geiles Problem zu haben, wenn du auf der Reise bist und gleichzeitig den Moment genießen darfst? Also was Geileres gibt es doch nicht. Und dich dann aus dieser unabhängigen Situation heraus, also dem, was du dir erschaffen hast, weil du Auswahl hast, weil du eben nicht von dieser einen Frau abhängig bist, sondern weil du die Fähigkeit hast, durch den Park zu laufen und einmal eine Frau dort ansprechen, die du da sitzen siehst mit einem Buch in der Hand. Sagst, hey, mega cool, was liest du denn da gerade? Mega geiles Wetter, oder? Und dann unterhält sie sich mit dir und vielleicht ist sie Single und du fragst sie, ob sie Single ist, weil du ein Mann bist, der zu seinen Bedürfnissen steht. Das meinte ich damit. Du musst nicht sagen, ich liebe dich, sondern es ist doch sehr früh in der Kennenlernphase, aber du bist ein Mann, der sie mag und zwar mehr als nur als platonische Freundin. Also fragst du sie auch, bist du eigentlich Single? Das meine ich mit ehrlicher Kommunikation. Weißt du? Und du kannst das. Und sie sagt, ja, cool. Und ihr unterhaltet euch weiter und ihr tauscht Nummern aus und du fragst sie über dieses Buch und andere Bücher und ihr unterhaltet euch über all die wunderschönen intellektuellen Themen, über die du reden möchtest. Und da klickt es auf einer tiefen Ebene und du benutzt vielleicht verschiedene Sachen, die wir dir beibringen in der Seduction Mastery, wo du in die Tiefe gehen kannst, wo du auch innerhalb von ein paar Momenten herausfinden kannst, wie ihr Wertekompass ist, ob ihr wirklich zueinander passt und dadurch attraktiv bist, weil ein Mann, der filtert, wird attraktiv wahrgenommen. Wenn du die Wahl hast zu sagen, das passt mir, das passt mir nicht, wie stehst du eigentlich zu dem und dem? Wann war das letzte Mal, dass du geweint hast? Erzähl mir mal einmal, wo du dich geschämt hast und du immer noch daran denken musst ab und zu, weil es irgendwie, ah, das nagt an dir, das hättest du gerne anders gemacht, das bereust du ein bisschen. Und du fragst Dinge, die wirklich Aufschluss geben über den Charakter eines Menschen, dann merkt sie auch, dass du nicht die Katze im Sack kaufst, dass du Auswahl hast, dass du nicht abhängig hinterher rennen wirst. Und wenn du dann innerhalb dieses Kennenlernprozesses, wo du abwegst, passt die zu mir, passt die zu mir nicht, du dann einen Satz sagst, wie, ich bin so froh, dich gerade kennengelernt zu haben, es ist so schön, sich mit dir zu unterhalten, mega, mega geil, dankeschön. Dann kommt das von Herzen und es kommt auch so an. Und damit hast du sie verehrt, mein Lieber. Du hast Frauen verehrt. Das ist das, was die ganzen, die ganzen unreifen Typen, die mir die ganze Zeit in den Kommentaren sagen, Frauen verehren Andi, du bist doch ein Buckdackel und sowas, die verstehen das nicht. Dass ich nichts lieber tue, als eine Frau zu verehren, weil ich das darf. Weil ich so unabhängig bin, dass ich eben auch einer Frau sagen kann, warum hast du das gemacht? Hier war aber nicht so geil, oder? Und weil ich das Gleiche genauso der einen Seite der Münze kann, kann ich das auch auf der anderen Seite der Münze. Ein Ja und ein Nein sind zwei Seiten derselben Münze. Wenn du Grenzen aufzeigen kannst, kannst du auch verehren, dann kannst du auch gütig sein, dann kannst du auch mega romantisch sein. Und das eben nicht nur vom ersten Augenblick an und dann irgendwie im Kennenlernprozess, im Game, Nein, sondern über die gesamte Laufzeit eurer Beziehung und wenn sie für den Rest deines Lebens geht. Ich bin jetzt seit zehn Jahren mit meiner Partnerin zusammen. Wie wir uns unterhalten, wie ich mit ihr flirte, wie ich mit ihr in die Tiefe gehe, die Dates, die wir nach wie vor haben und wir nehmen uns Zeit für unsere Dates, die sind genauso wie ganz am Anfang. Ich bin genau derselbe Typ. Natürlich, bin ich gewachsen, aber wie ich mich mit ihr verhalte, flirty, dass ich sie auch mal necke und verarsche, dass ich mich auch verarsche, dass sie über mich lachen kann und ich mitlache, dass ich mit ihr in die Tiefe gehe, dass ich mich wirklich interessiere für sie und nicht einfach nur aus Gewohnheit neben ihr herbeilebe, sondern mich so verhalte wie am ersten Tag und das ist eine Entscheidung, das ist ein bewusster Prozess. Daran muss ich mich auch immer wieder erinnern. Ich muss mich auch daran erinnern, die Dinge zu lieben, die mich vielleicht an ihr nerven. Das ist eine Entscheidung, mein Lieber. Es ist immer wieder die Entscheidung zum Prozess, die Liebe zum Prozess, die Liebe zur Reise und wenn du Frauen liebst, unabhängig, wirklich, dann werden dich auch Frauen lieben und wenn du dich dazu entscheidest, die kleinen Dinge zu lieben an einer Frau, die dich eigentlich nerven, dann entscheidest du dich zu einer Gewohnheit des Liebens, wenn dich Dinge nerven. Verstehst du, was ich hier sage? Wenn du dich dazu entscheidest, eine Frau zu lieben für etwas, was dich eigentlich nervt, dann entscheidest du dich zu einer Gewohnheit, Dinge zu lieben, die dich nerven. Das bedeutet, du liebst dann dich selber mehr. Verstehst du? All die Dinge, die dich selber nerven an dir, dass du dich nicht getraut hast, dass du nicht schlagfertig warst, dass du nicht gesagt hast, was du wirklich wolltest. Du fängst an, dir selber zu vergeben, selber zu lieben und daraus mit mehr Entspannung mit anderen zu sein und aus dieser Entspannung heraus bist du dann in der Aufwärtsspirale, mein Lieber. Aus der Liebe kommt dann noch mehr Liebe und noch mehr Unabhängigkeit und noch mehr Stärke und noch mehr Mut und noch mehr Unabhängigkeit, noch mehr Liebe und noch mehr Stärke und noch mehr Mut und dann kannst du auch auf diese Frau, die da im Park sitzend ein Buch liest, zugehen und sagen, wow, du siehst ja mega spannend und attraktiv aus. Wer bist du denn? Sorry, mega spontan gerade. Ich habe dich gerade gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Es kam gerade einfach aus mir rausgesprudelt. Wenn ich nerve, sage ich mir einfach nur, wenn nicht, hi, ich bin Andi. Wer bist du denn? Das kannst du dann. Nicht vom ersten Tag an. Das braucht seine Zeit. Aber manche können es schneller, als du denkst. Hier, der Johannes, der hat es innerhalb von den ersten zwei, drei Wochen hinbekommen. Hat er diese Frau kennengelernt. Nach Jahren des Wurzts. Jahre, wo er gedacht hat, oh Mann, ich mache und mache und mache und mache und mache und da kommt nichts bei rum. Und dann hat er sich diesen Prozess hingegeben und er brauchte einige Ansturbser. Wir mussten ihn mehrmals daran erinnern, was dieser Prozess wirklich bedeutet. Denn dieses Coaching ist intensiv, mein Lieber. Geh nicht von irgendwas anderem aus. Dieses Coaching ist sehr intensiv. Wir gehen dort mit dir auf Tuchfühlung. Wir sind im Austausch. Im besten Fall jeden Tag. Du hast kontinuierliche Übungsphasen, kontinuierliche Challenges, an denen du wächst. Im richtigen Rahmen. Nicht so weit, dass du damit überfordert bist. Wenn du überfordert bist, dann liegt das nur daran, dass du dir selber gesagt hast, ich muss das können. Und damit bist du wieder genau in demselben Selbstgeißelungsprozess, den du dein Leben lang hattest. Nein, mein Lieber, du musst das noch nicht können. Du musst dich nur auf den Prozess einlassen. es lernen zu dürfen. Und das heißt, dass du zum Beispiel eine Challenge, die du gerade hast, wie auch immer groß oder klein die Challenge ist, kleiner machst. Für dich. Ja. Und wenn du bei uns im Coaching bist, dann reden wir natürlich miteinander und wir finden ganz genau heraus, wo dieses Level ist, wo die Challenge für dich machbar ist, aber immer noch ein klein wenig Herausforderung bietet. Denn dieses Level an Herausforderungen, das darf nicht zu groß sein, es darf aber auch nicht zu klein sein. Denn wir brauchen diese Erfolgsgefühle. Wir brauchen diese stetigen Momente, wo wir etwas geschafft haben, wo wir nicht gedacht haben, dass wir es schaffen. Wenn das motiviert, weiterzumachen. Verstehst du? Diese motivierenden kleinen Hürden, die du immer wieder schaffst, die bringen dich ans Ziel. Zeig mir einen anderen Coach, der so einen Leitfaden erarbeitet hat, mit dem so viele Männer so erfolgreich sind, so glücklich werden. Nicht einfach nur eine Freundin bekommen, sondern wirklich glücklich werden, wirklich wieder froh, in ihrer eigenen Haut zu sein. All die Männer dort, die grinsen über alle Backen. Warum tun sie das? Weil sie so happy sind, dieses Leben endlich zu führen, das sie nie gedacht hätten, das sie führen können. Dieses Feedback zu bekommen von Frauen, das sie niemals gedacht hätten, bekommen zu können. Lass Frauen sich richtig in sie verlieben, mein Lieber. Es liegt daran, dass sie sich selber wieder in sich selber verliebt haben. Sie fühlen sich wohl in ihrer eigenen Haut. Das ist ein Prozess. Der Leitfaden, dem du kontinuierlich folgst, gibt dir die Resultate, die du kontinuierlich bekommst. Wenn du einen Leitfaden haben möchtest, der dich in diese Fülle und diese Freiheit bringt, dann kommen die kostenlose Flirt-Type und Charisma-Analyse. www.flirtanalyse.de Ganz einfache Website www.flirtanalyse.de Findest du auch hier in der Beschreibung. Das ist alles. Das ist der erste Schritt, weißt du, die Schritte folgen alle aufeinander. Der erste Schritt ist genauso wichtig wie der letzte Schritt. Und das Ganze zieht sich natürlich auch im Dating-Prozess. Das erste Hallo ist genauso wichtig wie der Moment, wo du um ihre Hand anhältst. Wenn du glaubst, dass ich nicht ein nervöses Wrack war, als ich meiner Freundin letztes Jahr einen Heiratsantrag gemacht habe, dann hast du dich getäuscht. Diese Nervosität ist nicht schlimm, das ist nicht der Feind. Die müssen wir nicht abstellen, die wollen wir auch nicht abstellen. Es ist das, was uns lebendig hält. Dieses Gefühl, was dir sagt, oh, das ist schwer, das ist schwierig, oh, das macht mir Angst, das ist ein Kompass, mein Lieber. Das ist die Kraft, die dir zeigt, oh, da muss ich hingehen, um zu wachsen. Genau das ist richtig. Du spürst es doch, jeden Tag, Tag ein, Tag aus und wenn du dich, wenn du dich zu lange, zu lange nicht diesen kleinen Challenges gestellt hast und du immer wieder gesagt hast, nein, 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 zu schwierig, zu komplex, mache ich nicht, dann wird irgendwann aus diesem Frust etwas Negativeres. Dann wird daraus Hass und Verachtung für dich, für andere und dann ist es schwer, dich wieder zurückzuholen. Ich sehe diese Pappenheimer ja hier in den Kommentaren. Der Zug ist nicht abgefahren, aber du hast den Zug wirklich viel zu weit fahren lassen und da drin steckst. Komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Und für die Männer, die sowieso wissen, dass sie für andere ein Geschenk sein wollen, aber einfach noch nicht wissen, wie sie das effektiv tun können, umsetzen können und gleichzeitig dabei auch geliebt werden und eine Partnerin haben, vielleicht vom Rest ihres Lebens eine wunderschöne, schöne Beziehung aufbauen können. Die haben wir diesen Leitfaden und mit dem, diese Erinnerung hier, die kommen ja echt genau im richtigen Augenblick, immer im richtigen Augenblick für diese Männer, haben wir die Flirttyp und Charisma-Analyse. So, komm rein, find heraus, was dieser Leitfaden in deiner Situation bedeutet für deinen individuellen Flirttyp. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Wie du mit deinem Flirttyp dein Charisma aus dir rauskommen lassen kannst, wie du scheinen kannst, auch jetzt schon in den Situationen, wo du gar nicht mal merkst, dass die Frau vielleicht dich schon mag, wo wir dich auf diese Fehler hinweisen können, die dir vielleicht nicht aufgefallen sind, weil du da einfach einen toten Winkel hast und nicht erkennst, was du eigentlich schon richtig und falsch machst und wie du aus neuen Gewohnheiten schneller als du denkst die Freundin bekommen kannst, das Selbstbewusstsein wiederbekommen kannst, die Auswahl und die Unabhängigkeit haben kannst, dass du einer Frau aus ganzem Herzen sagen kannst, ich liebe dich und sie dir mit einem riesen Grinsen zurücksagen wird, ich liebe dich auch. Das ist doch das schönste Ziel, oder? Das ist das Ziel, das wir verfolgen. Kommt zur kostenlosen Flirttyp- und Charisma-Analyse. Kostenlos. Das ist ein kostenloses Gespräch. Das bieten wir an, eben weil wir so viele glückliche Kunden haben, die eben sich auch zu uns für ein Coaching und für eine längere Betreuung entscheiden. Aus diesem Grund können wir dieses kostenlose Angebot auch machen. Das ist Win-Win. Das mache ich nicht, weil ich ein Heiliger bin, das mache ich aber auch nicht, weil ich unbedingt was brauche, sondern eben, weil ich ebenfalls in dieser unabhängigen Situation bin, dass ich etwas geben kann, weil ich so viel zu geben habe. Das ist, wovon wir sprechen und das zieht sich durch alle Lebenslagen. In der Liebe, im Geschäft, in der Partnerschaft, in der Freundschaft, überall. Auch in der Freundschaft. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem meiner besten Freunde und er hatte eine Sorge, dass meine Partnerin vielleicht denkt, dass er irgendwie sie stören könnte, weil er kam unerwartet zu Besuch und es war eigentlich geplant, dass sie auf einer Reise sein wird, aber dann hat sie sich den Zeh gebrochen, deswegen ist sie zu Hause geblieben und dann hat er gedacht, er wäre irgendwie, ja, er würde sie stören, wäre Fehl am Platz oder sowas. Und ich habe gesagt, Alter, dann lass uns drüber reden, ich garantiere dir, dass sie das nicht so sieht, ich garantiere es dir, lass uns mit ihr drüber reden. Und sein erster Impuls war, nein, 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 das bringt sie doch nur in die Bredouille, lass uns nicht drüber reden, lass uns das nur für uns behalten, ich wollte es dir einfach nur erzählen. Also, ist das aber wirklich die Art, mit der dieses Gefühl weggeht, indem wir einfach nur wir darüber reden, aber er nicht mit der Person darüber redet, mit der er das Gefühl hat? Löst sich so das Gefühl oder wird es vielleicht sogar schlimmer? Weil du aufgrund einer Vermutung weitere Kreise ziehst von weiteren Vermutungen und du fängst an Confirmation Bias, kannst du googeln, das ist, wenn du etwas denkst, dann siehst du Beweise dafür. Und wenn du glaubst, dass dich jemand nicht mag, zum Beispiel, dann siehst du Beweise dafür. Obwohl es vielleicht genügend andere Beweise gibt, dass die Person dich doch mag. Aber du konzentrierst dich auf die Beweise, weil du schon diese voreingestellte Annahme hast, dass sie dich nicht mag. Und dasselbe machen wir jeden Tag. Das machen wir, wenn wir glauben, dass wir nicht attraktiv genug sind. Wenn wir glauben, dass wir krasser, härter, dynamischer, extrovertierter und so weiter sein müssten. Wenn wir glauben, dass wir immer wieder Fehler machen und wenn wir glauben, dass wir es nicht besser machen können, weil ich bin halt nicht so geboren wie die anderen. Ich kriege das nicht hin. Ich mache immer wieder denselben Fehler. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Das ist die Annahme, die wir haben und das sind auch die Resultate, die wir dementsprechend haben. Eine neue Annahme kommt nicht über Nacht. Es gibt nicht die magische Pille, irgendeinen Glaubenssatz, den ich dir einpflanzen kann und jetzt, boom, bist du attraktiv und fühlst dich auch so. Das gibt es nicht. Aber es gibt Erfahrungen, die du sammeln kannst, die aufeinander aufbauen, Stück für Stück, sodass du es selber anfängst zu spüren. Alter, krass. Irgendwie, da tut sich was in mir. Da tut sich was. Da tut sich was. Ich merke das. Das ist, was ich dir geben kann. Den Leitfaden und den Arschtritt, dass du den Leitfaden auch befolgen kannst. Die Nähe, diese intensive Zusammenarbeit und die Garantie, dass du für mich in diesem Zusammenhang der wichtigste Mensch in meinem Leben bist, weil ich nicht ruhen kann. Ich kann nicht ruhen, mein Lieber, wenn du nicht an deine Ziele kommst. Das ist mein Ein und Alles. Das hier, was wir hier machen. Das ist, wofür ich am Leben bin, mein Lieber. Nicht, weil ich Coach sein will, sondern weil ich will, dass das, was mich glücklich gemacht hat, andere glücklich machen kann, weil ich kein gottverdammter Egoist bin, der das nur für mich behalten kann. Es funktioniert. Es funktioniert. Darum musst du es lernen. Es funktioniert. Jeder hier, jeder. Wir haben Stotterer gehabt. Wir haben Männer gehabt, die waren als Frau geboren. Wir haben Männer gehabt, die haben eine Erkrankung, womit sie sich nicht richtig artikulieren können. Diese Männer haben sich entwickelt. Sie sind stolzer, glücklicher. Viele von ihnen haben Partnerinnen gehabt in der Zeit. Manche von ihnen haben auch jetzt noch eine Partnerin. Da tut sich was in dir, mein Lieber. Das kannst du nicht ignorieren. Und ich sage es immer wieder, eins der geilsten Momente im Coaching ist, wenn ein Mann realisiert, dass irgendwie Menschen ihn anfangen, anders wahrzunehmen. Und er sagt, das ist so komisch. Die Arbeitskollegin, die wollte sich mit mir treffen. Und auch die anderen, die suchen irgendwie meine Nähe und wollen jetzt irgendwie mehr mit mir machen. Und es ist so krass. Und ich bin mir sicher, dass die eine Frau, die ich angesprochen habe, dass sie mich mochte, ich bin mir sicher, die hat tausend Fragen gestellt, hat gefragt, ob ich Single bin und hat einfach nicht die Augen von mir gelassen. Das ist komisch. Was ist da los? Und ich diesen Männern dann sagen darf, Alter, so langsam darfst du es checken, dass du attraktiv bist und dass du es schon immer warst. Jetzt, mit der richtigen Gewohnheit, kommt es auch aus dir heraus. Mach die richtige Gewohnheit. Fang mit dem ersten Schritt an. www.flirtanalyse.de Wenn du den Weg mit uns gehen möchtest und du Hilfe dabei brauchst, dann ist das die beste Adresse. Die beste Adresse. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Fahr vorsichtig, bleib uns erhalten, sei vor allem gütig mit der Liebe, die du hast, denn du hast unendlich Liebe in dir. Okay? Du brauchst niemanden dafür, du brauchst nicht die Reaktion von anderen dafür, du brauchst nicht, dass das klappt oder sonst irgendwas. Die Genugtuung dieses Prozesses, die gibt dir genügend Genugtuung, dass du weitermachst mit dem Prozess. Und wenn du auf diesen Prozess vertraust, dann kommen die Resultate. Glaub mir. Freue mich auf dich. Bis bald. bis bald. Bis bald. Bis bald.